Wie schon gesagt, flicke ich das gute Stück an Händels, ich hoffe, jetzt mehr deutlich, Vorfühleffekt. ,... ... ... ... ... ... Komm schon, Mama! Komm schon, Mama! Ja, ich würde sagen, heute ist Bind und Wetter optimal für Sie. Ich würde sagen, heute ist Bind und Wetter optimal für Sie. Ich würde sagen, heute ist Bind und Wetter optimal für Sie. So, da hinten kommt ein Hundebesitzer. Das hat wohl los, aber leider immer noch nicht. Ich würde sagen, heute ist Bind und Wetter optimal für Sie. Das war's schon. Super! Super! Super!